Hallo und herzlich Willkommen zur 29. Körperwand Titan vor 2. Wieder eine wunderschöne Runde Kopfnetjagd. Die hoffentlich so schön wird wie die letzte Runde, denn da war ich Erster. Das könnte ich heute gerne wiederholen. Mit der wunderbaren Mad Dryadoc. Mich ganz gut gefällt. Okay. Ich gehe doch gerne nicht lang. Ich habe mich um entschieden. Kann ja mal passieren. Mist ey. Jo. Ich war nicht mal KI. Irgendwie nicht. Ich muss mal ganz kurz auf den Weg gehen. der urteil ist bereit die sie knapp als ein bisschen mehr als einer minute ist weil es vor und richtig mein wort nicht 88 deutscher in der bank ist aber hier nicht in der nähe oder ich glaube nicht hier und die Sie ist die Bank hier, wie war einer, ne? Hallo. Genau. So. Wahrscheinlich ist er hier, Alter. Ist egal. Das mach ich nicht. Naja, erlaufen. Soll ich hier irgendwie ein? Nö. So. Jetzt müssen... Wieso denn jetzt gerade die Dio? Jawohl, komm, geh zu ihm. Hier schon von hinten, Alter. Und dann können wir es lassen. Hier. Die실. Diez ist tot. Was ist los, Alter? Ich kann einen gesehen, hab ich nicht gesehen, der Typ. Ich bin zwar, wäre er mich nicht. Okay. Tritt ihm jetzt eh nichts mehr. Geht schon überwiesen. Buh, haha. Zeigen Sie ihnen, was Sie können. Ich bin jetzt wieder fast bereit. Guck mal, ey, das ist der Mega-Öde. Ey! Das ist aber auch nicht nett hier. Ich wollte noch keinen gesehen, der eine Smartpistel hatte. So. Sie können jederzeit anfordern, Pilot. Bereit machen für Titanfall. So. Äh... Nicht mit mir. Ey, jetzt rätst du weg, ne? Feige Sau. Lass dich mal leben. Ja. Ich bin ja zurück. Ich bin ja zurück. Ich bin ja zurück. Ja. Die ein B- und. Ja. Ganz schön. Ganz schön. oder rätseln hin mein jung in gerannt alter weiter gerannt weiß es nicht ja da kommt jetzt ja Ich habe wieder vergessen, wo die Bank ist. Ah, Mensch. So, weg hier. So, jetzt müssen wir noch wieder die Titans kommen, dass ich den Kopf habe. Deswegen am besten nicht sehen lassen und hoffen, dass wir in der Nähe einer spawnt. Jetzt müssen die Titans kommen, oder? Oh, wie zumindest. Jetzt bleibe ich einfach mal hier. So. Hallo. Angeschlossen, das ist schön. Ja. Oh. Oh, lol. Ah, okay, okay, ich nehme den. Ich werde Rolex gelesen. Ah, okay. So, das war einer. Okay, ja gut. Ich hab die beiden. Das ist spät gesehen. Mein schönes Geld ist weg. Okay. Wechsel. So. Das Geld drauf. Es sieht aus, als ob wir verlieren würden. Ist nicht so gut. Was halten ist weg? Ist auch nicht so gut. Das Sicherheit halten. Verstärkung der Rechtsflotte näher hat sich. Na gut, die Saal. Na gut, die Saal. Na gut. Na gut. Da hat sich noch schön so ein paar KI-Skillen. Ich hab niemanden gesehen. Nee, irgendwie der Punkt ist scheiße. Was geht denn hier hinten ab? Okay, das kann ich glaube ich nicht schießen. Ich geh mal runter. Ich hab ihr hier. Das kann ich ja auch. Ich hab mich nicht so gesehen, ich bin sowohl drauf. Ich hab's nicht so gut gemacht. Ich hab's nicht so gut aufhŻen. Aber die Diener. die hände links anhand kratzen als titans form ich hoffe ich erlebe noch die nächste welle in der runde neun kopfball titans sieht aber nicht unbedingt so gut aus dafür wo wie noch gemacht Warten wieder mal das Bankgebäude suchen wieder mal verpeilt wo es überhaupt ist hier irgendwie 1 schon völlig falsch oder wie ich verstehe das nicht wie sie hat mein geld nicht genommen was ich weiß nicht was das soll alter finde ich mir gar unfair wir haben so hart verloren leider wieso das geld nicht genommen drückt man auch das geräusch gehört dieses geräusch das überweist und aber er ist nicht angenommen steht absolut nicht wenn wir diese 200 dollar diese zum sieg fehlen alter da würde ich deswegen nicht irgendwie werden würde das wäre so aus von bitter gewesen aber so was so ist einfach nur unverdient war jetzt mal noch mindestens 100 überweisen können dass ich mich getötet hätte mindestens ich sehe ich die hälfte überweisen können was ich mich gemacht hätte das spiel so willst geld überweisen um zu gewinnen wird doch treffen dann nicht in die wand schießen ja ich bin eh nicht mp leute ich bin mit so schlechten gründen trotzdem mp das haben wir für ein lappenteam und mann ich bin eh nicht mvp vorwärts gelegen august 2018 ja 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 da bin ich tatsächlich zufrieden ich denke ich bin eigentlich gar nicht so gut und dann auf einmal mvp und ich würde ich nicht den punkt ab dass ich hab wenn ich würde ich echt nicht viele also finde ich finde wenn ich gute punkte sind über 1500 richtig gut sind über 2000 und ich habe nur 1383 das ist jetzt nicht so wirklich viel aber ja erst am team ich werde fast ich mache mir jetzt der punkt des ganzen teams gemacht ich meine konnte der nächste hat 330 punkte ich habe quasi mehr punkte gemacht als die anderen vier leute zusammen obwohl ich gar nicht mal so gut war jetzt sehen wir aber was für leute nicht rumspielen was ja oder partien spielen muss nein das war nicht so gut töten mit stil ich habe gerade jetzt mit skill gewesen aber das stimmt ja nicht mit stil mehr oder weniger so dann ja wieder ein vp gewonnen easy viel Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten mal das könnte vielleicht schon morgen 18 Uhr sein und die nächste folge wird wahrscheinlich eine rote eine runde piloten gegen piloten sein da habe ich wieder bock drauf immer so würde ich das schon mal sagen und tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal